Minischuld Ja, da sind wir wieder Nights of the Round, wir haben mal wieder verloren Wie immer Diesmal sind Live-Leute dabei, die uns auslacken können Ist noch besser Ich stell auf easy, auf normal verkacken wir total Yeah, yeah Ähm, ja Habe ich jetzt meine Knöpfe hier umgeändert? Ach so, das habt ihr... Ja, jetzt hast du defensiv irgendwie... Ups, häh? Wie kann ich das denn? Mit X Du hast jetzt X auf X auf A und L auf X Und Z auf 27 Ja, ich hab hier so einen scheiß anderen Controller Da weiß ich nicht welcher Knopf was ist X ist oben, B ist unten A ist rechts Welcher, was springen wir nochmal der? So, ja Du musst doch nur bei mir gucken, Mann Ja, aber ich meine Der Xbox Controller ist so ein bisschen anders da Ah Mit Knöpfe drauf Die Knöp' Der Knöp' Ja, zu dritt wär noch geiler hier. Schade, dass das nicht geht. Jetzt geht's auch schon wieder los mit dem Scheiß. HITTER! Nein! Das Swordman hier! Ich kümmere mich um die Dicken hier! Was für ein Anfänger, wir könnten's eigentlich schon wieder bleiben lassen. Ja, der Wolf hier! Boom! Geköpft. Das ist keine Taktik. Und wieder posen. Ja, spiel du eh. Spiel geschafft, Ende im Gelände. Schmackes, viel Spaß, ich will von dir und Forst in Hard Mode sehen. Was ruckelt das so? Keine Ahnung. Da, Salat, hol in dir! Sollt ihr scheiß Ruckel? Oh, was war eben? Ich bin grad ein Grafik-Bug. Wer ist das am Ruckeln? Mach mal eben ne Video-Media-Player aus, hier. Hm. Das geht ja gar nicht. Es leckt hier. So, mach mal. Es leckt Bodensack. Weckleck. Oh, das ist richtig. Hör, du sagst! Oh, das ist wirklich das. Oh, du sagst ja so. Oh, was? Oh, ja! Boah! So, ist's? Ja, das ist so gewünschlich. Komm, 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 komm! Bing, 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 bing! Der Knödelmeier. Der geht ja noch hier. Was, Knödelmeier? Komm her, Hördi! Der lag denn so aus! Ich hab ihn weggepferrt. Warum du? Ich hab ihn den meisten Schaden zugefügt. Weil ich der King bin. Feige, du bist der Feige. Wollt, der ist grad gestorben, steht, wieder aufgeht, mal schütteln kann wieder auf. Ich hab alle gesehen, wo der Heddy ist da. Da bleib ich mal lieb. Da hat er eine Wulle gesehen, da wollte er direkt wieder aufstehen. Wir haben das Spiel gestern über, ich glaub, viereinhalb Stunden probiert. Warum, muss auch mal sein. Wenn ich renne, dann Ruckel, das ist ganz schön. Ja, auf zu rennen! Aber ohne Hereintaktik kommen wir nicht weiter. Ja, wenn ich dann irgendwann mal falsch stehe und dann wunderte ich aber nicht. Da, die Schneiden, die musst du. In die hab ich keine Schnitte. Boah! Der Knechtenkopf. Und die Knechte denn hier, die Fotzenknechten? Junge, sind wir noch. So, geköpft. Ja. So'n Salat wär nicht schlecht. Ja. Du brauchst auch ein paar Pünktchen. Aber nur ein paar. Birdman! Arschkramm, ey. Der Vogel. Birdman ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht werden. Und der, ah, da kommen gleich wieder Buster Schmackes und Buster Force. Buster S und Buster F, ey. Buster S und Buster F, ey. Der ist echt so. Ja, komm gleich. Da! Hier! Buster Schmackes! Schmackes, hast du zugenommen? Was? Buster Schmackes. Stammter Schmackes-Sack. Ja, und wer ist dann Birdman? Was? Ist das Xerax, oder wie? Buster S und F passen halt besser. Fatman, das ist, ähm, ähm, Xerax. Ach so fett bin ich nicht. Das ist wenn dann der Drachenlord. Der Drachenlord ist nicht Fame genug, um hier bei uns sein zu dürfen. Hehehe. Die Oberfame. Das ist ein ganz niederes Ungeziefer. Was, wir? Der Drachenlord. Wir doch nicht. Wir sind geil. Geil. Also ich bin nur geil auf Frauen und nicht auf Fettsäcke. Mach du kaputt. Ich hab doch gesagt geil. Ich hab nicht gesagt auf wen, oder? Junge. Lo... Lo... Ehre hier, du. Ehre hier, du scheiß Harle King. Harle Pferd. Nichts 2.102! Was heißt denn hier eigentlich nicht Fame genug, Wulf? Ich bin noch viel Famer als du. Stimmt, da hast du ja was gesagt. Scheiß Geier. Du hast ja auch viel mehr Abos als ich. Ach Quatsch, so viel hab ich nicht mehr. Weil... Eig... Eigentlich nicht, weil... Uns trennen... Achja, die Frage, ob du so mal IP bist. Uns trennen dann, glaub ich, 48 Abos. Die Frage, ob du so mal IP bist. Mhm. 48 Abos trennen uns nur mehr. Kam von Cyberfox bestimmt. Ne. Ich hatte nicht gedacht, dass... Das war Krong. Ja, genau. Bist du so mal IP? Ja, genau, als ob Krong mich ansprechen würde. Wäre doch gar nicht. Nein! Junge! Ey, komm mal! Ja, ich hab... Ah, der Force! Und hoch! So, du! Ich hab noch mal nachgeguckt, wie... Ah, kacke. Wie Degg und Hayes den gemacht haben. Irgendwie... Hayes war die ganze Zeit auf dem Pferd und hat sich irgendwo versteckt und Degg hat ihn in der Ecke gehalten und der konnte nix mehr machen. So die ganze Zeit hat er ihn aus dem Bildschirm draus gehalten und der konnte dann nix mehr. Ja, mach mal hier. Ja, der Wolf kriegt direkt die Meinung von Ome hier. Ja, aber... Keine Ehre. Degg hat das mit Arthur gemacht und war nicht auf dem Pferd. Mit Arthur? Mit Arthur? Junge! Was ist das für einer? Das war scheiße und unnötig. War das gerade ein Nutz? Ich verdeck dein Gesicht mit meiner Achselhöhle. Jo. Ey, der Frost ist stark hier, ey. Der wilde Wikinger. Yeah. Hast du gesehen, wie er da rumhüpft, ey? Lord Fotzenkopf. Junge, treff doch mal! Mein Apfel. Ja, das war der Fall. Ey! Birdman! Yeah, yeah, yeah! Warum treffe ich den nicht? Der hat mich jetzt getroffen. Der Birdman hat dich getroffen, weil ich ihn nicht getroffen habe. Aber wie denn? Aus so ner Entfernung? Schummeln. Mädchen. Ich brauche dir Level Up mal hier. Von dir gleich. Wohl Schlawinen wieder zu. Vielleicht noch was zu essen. Ja, nimm das Zeug. Nimm die Statue! Bring Punkte. Hallo. Danke. Ja, der Wolf wieder hier. Am Stolzieren mit seinem Pferd. Mit meinem... Das ist mein Pferd, Pferd. Das ist sein Pferd, Pferd. Der Pferd Schmerz. Der Pferd Schmerz. Wie mag ich das überhaupt? Das ist... Basta Schmackes. Ja, hau... Ich dachte Basta Force käme zuerst. Bist du her, du Feigling? Oh, gab grad nen Leck. Noch nen Leck. Wohlf ist am Lecken hier, ey. Aha. Schmeckt das so gut. Dann schreien. Der leckte Pferdeäpfel. Ich leckte Salzstein. Salzstein. Kannst das nicht... Kannst das nicht... Salzsteine? Dass man das... Dass man ein Pferd und so ein Salzstein reinlegt, wo es dran lecken kann. Ich hab auch mal so einen Salzstein geleckt, das war ich. Ja, ich weiß. Ich hab das... An deiner Salzstange hast du geleckt? Ja, wunderbar. Ich hab das mal als Kind gemacht. Ah, passt doch. Der leckte an seiner Salzstange. Nicht an meiner, an meinen Salzstein, hab ich gesagt. Hier, passt doch voraus, da ist er! Ja, der kann... Dick! Der Flegel mit seinem Flegel, ey. Oh. Kann ich nicht rennen mit Dall? Scheiß, hört man. Ja, weg. Ich hab noch voll weggepferzt. Du, Ratbe, ich kann mich nicht umdrehen! Oh, Schwaki, kennst du noch den Part, wo ich zum Super Saiyajin geworden bin? Ach, ich wollt nur einen. Weil ich den Part geschafft habe. Ich mach den Birdman, du den anderen. Er geht zu nem Schein Birdman. Ja. JORGE! Ich hab ihn getroffen! Wieso hat er dich angegriffen? Tollman! Weil ich der Stärke bin. Du bist nicht so toll wie du... Weil ich der King bin. JURG! Ich hab's... ÄH! ... JURG! Ich hab''s jetzt dein Pferz weggepferzt! Oder was? GAYMAN hier! Verpiss dich! Ich hab halt wieder Level ab. So, jetzt geht's aber hier hoch. King of Force im Beben. Das Force King, der Mann. Ja. So, der gefährliche Swordman ist weg. Das ist Schwarzman. Bei mir ruckelt's aber manchmal ganz schön. Oh, Scheiße. AAH! Oh, was da? Force. Das ist Schwarzman. Ich kriege von allen Seiten einen drauf, die Force. Ja, aber der da, der mag ja jetzt schlimm. Wie das einfach kommt. Hä? Hä? Seherax, du darfst nicht hier noch. Au. Scheiße, Mann. Das ist der Force, ja. Ich hab mich extra zurückgehalten, damit ich nicht erstochen werde von denen. Dann hat mich trotzdem getroffen. Wie auch immer. Da muss ich unbedingt noch ein paar Flammen einfügen. Jetzt haben wir schon mal die Schätze an. Ich hab ja der Schinken getroppt hier, ey. Hast du ihn angesammelt? Ja, der ist direkt in mir gespawnt. Ach so, ich hab nur die Schätze bekommen. Verdammter Baster Schmackes, ey! Kämpfe auch grad, Kicke! Ich hab, yes, im richtigen Moment. Baster Schmackes, äh, Force. Was ist Baster Force? Ein Depp, einfach. Du musst den Schnellen geben, die Fatmans, die kann ich auch. Ich bin doch dabei, nur wenn da jemand durch die Gegend fliegt, kann ich auch nicht angreifen. So. Überlass mich. Überlass das mal mir. Vielleicht noch mal Essen für dich? Nimm das Hähnchen! Ja, da-da gut, der Scheiße! Jetzt müssen wir nehmen! Oh Nööööö! Ach der. Sieht kacke aus. Mal wieder. Vergiss nicht nach oben und unten ausweichen. Warum hast du mich getroffen? Ich bin ausgewichen. Mistgeburt. Ich seh gar nicht wie ich bin hier. Okay. Verpiss dich kleiner. Ja, 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 ja. Du kleiner wie ich. Hau ab da. Nerv nicht. Du hast den abgewehrt. Gut. Nein. 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 Du Sack. Komm jetzt gehen wir hin. Wenn man den Block geht das. Du sollst ja umdrehen. Meins, meins, meins. Obwohl, nimm du auch. Ich hab drei genommen, du eins. Ja. Ich bin auch dreimal muskelbepackt als du. Ach, wenn man den Farmer blockt, dann geht das. Aber das ist schwer abzuschätzen, weil er nicht dauerhaft blockt. Ja. Wenn er holen steht, muss man zweimal schlagen und dann blocken. Ich bin hier der Kind, ich brauch hier. Ich brauch hier das Stückchen. Kannst gleich die Stange da nehmen. Die Fahne. Moment, da ist hier gleich irgendwo ein Stecken drin. Den kannst du haben. Der ist Level-Upstecken. Nimm's, 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 nimm's. Jetzt bin ich der Goldene, der Gulde. Was der Schmackes geht mir ordentlich auf'n Nuss. Auf'n Nuss. Was der Schmackes ist echt frech, ey. Er tut's, als ob er es könnte. Und er kann auch was. Also er kann besser Ballroo spielen als du. Ich kann auch nicht in jedem Spiel der Kings sein. Ja, aber so unten, in den Abgrund, so weit unten gesiedelt zu sein, das ist dann schon ein bisschen schmarr. Genau wie es wird. Jetzt regnet's Schande hier. Ich wollte was Besonderes. Oh, der Wohlfrau auch wieder was zu fressen hier. Baba, Bulle. Der Bulle, Bulle, wap, wap. Küsschen, Küsschen, Klapp. Ugo ist Dschungeltee. Dass er nicht so schnell schlapp, schlapp. Du hast mein Gold eingesammelt. Ja, meins hier. Phantom Pain hier. Was auch immer. Ja, unglaublich spannend. Ey. Hab' ich erst gar nicht gesehen, während mir vorbeigerand ist. Da, der da. Soll nicht mal aus dem Bildschirm rennen, der Hodensack, ey. Ja, das war gut. Jetzt kommen die Big Brothers hier, ey. Ey. Fährt sie bald? Ja, sie fährt sie. Ich hab' kaum noch Lebensenergie. Irgendwie ein Apfel oder so, wer als Füchter hielt. Ein Pferdeapfel. Nein. Die Vögel haben mich. Die Vögel haben mich gefressen. Richtig fest. Wir müssen den Typ endlich platt machen. Der nervt. Ach, dieser Ficker da oben. Ja, du kannst sie angreifen, aber ich nicht. Yeah. Kopf abgeschlagen. Kopf abgeschlagen. Hallo. Die Sau. Hallo. Hast du ja Müsli gefressen, oder? Wollte grad sagen, du solltest langsam das Müsli wechseln. Da sind so vergammelte Pflaumen drin, ey. Das ist immer noch so. Oh, einer ist schon. Oh. So ein Schnee kaputt. Ich brauche auf, was Essbares für dich. Hunger. So ein Ranzig auch noch. Oh, zu fressen hier lassen. Oh, du hast so ein Ding kaputt gemacht wohl? Was ist denn? Ein Vogel. Ja, weil der einen Sturzflug ankam. Und auf einmal flog er voll in meine Axt rein. Vogel. Nein! Was ist das Schmuck? Vielleicht Essbares? Nee. Okay, Sammy. Ja, aber ich habe gleich ein Level ab. Ich brauche Schätze. Ja, ich weiß. Was ist doch Schmackes. Ey, ey, ey! Leute, hört auf mit euren perversen Moves da. Nein! Ich konnte nicht springen. Egal. Der Birdman ist ziemlich am Ende. Jetzt sind Vogler. Boom. Jetzt wird hier Holz. Scheiß Vogelfieh. Was? Ich kann mir aber auch nie merken, wann die kommen, ey. Hä? Was ist drin? Meins. Was ist das Schmackes? Im Töcher? Nein! Du hängst dich jetzt nicht auf! So, von hinten. Diese Drecksvögel. Welche Effekten? Wir sind nicht gut bevögeln. Hörst du auf? Warum bist du so mächtig? Was ist denn das hier? Die große Schlacht um Allschauerberg Komm Salat! Ich auch! Ich mein ja für dich! Der Wurf frisst alles weg hier! Nee nicht du! LOL! Nein der Vogel! Du Drecksvieh! Ich wollte ihn färzen aber er hat mich gefärzt Scheiß Spatzenhirn! Komm schon jetzt! Endlich mal! Verpiss dich! Ja nimm! Nimm! Danke für mich auch! Scheiß Birdman! Hallo! Warum kann der meinen Ansturm verhindern? Das check ich nicht! Das check ich nicht! Nicht die Sword Manner! Der Verdammnis! Ja die ist auch böse! Oh ne! Die musst du machen! Die kann ich nix! Oder doch? Geil! Das ist alter Wurf! Oh nein! Nein! So! Der Bastard! Wie macht man den am besten? Block! Block Bastard! Geh mal hinter ihn! Das ist das! Das ist das!